Vier Bögen, zwei Schweißnähte werden vorgefertigt, Dimension DN500 KmR-Ohr im Fernwärme-Rolltungsbau. Wir nutzen mal die Chance, um das hier auf der Straße vorfertigen zu können. Ihr seht, die Schweißnähte sind soweit vorbereitet, alles exakt vorgerichtet. Und Ali und ich werden dann im Nachhinein diese Nähte schweißen. Jetzt mal ein paar Eindrücke und Augenblicke, die ihr bekommt, wie man an die Sache rangehen kann. Ali hat schon mal angefangen, ihr seht es, unten liegt er im Freihandstil. Wir haben natürlich im Vorfeld die Wurzel schon geschweißt und schon eine Sicherheitslage. Im Wurzelbereich, da liegen wir so zwischen 3,5 und 4,5 mm Schweißluft. Das ist in Ordnung und wir verwenden für den Wurzelbereich 3 mm Schweißdraht, nur mal um Parameter zu nennen. Wir haben ca. zwischen 105 und 120 Ampere. Die Einstellungen liegen bei 16 Liter Minimum bis 25 Liter pro Minute. Kommt auch an, wie die Gegebenheiten, die Umstände und die Windverhältnisse sind. Aber wir haben einen schönen Tag, wie man sehen kann, alles recht ruhig. Von daher liegen wir da so zwischen 16, 18, 20 Liter pro Minute, je nachdem. Ali auf der anderen Seite im Überkopfbereich, Freihandstil. Ich auf der vorderen Seite, wie ihr hier sehen könnt, kann mit der Paddeltechnik vom senkrechten Bereich hoch in den waagerechten Bereich die Schweißfolge soweit umsetzen. Wir haben 6 Hefter gesetzt, lange Hefter, alle angeschliffen, Wurzel rein. Dann die Sicherheitslage. Die Sicherheitslage wird mit 2,4 mm Schweißdraht geschweißt, zwischen 140 und 165 Ampere, ca. Das folgenden weitere Lagen, die nächste Lage im Nachhinein, 2,4 mm Schweißdraht haben wir beschlossen, bei ca. 165 bis 180 Ampere und die letzte Zwischenlage wird mit 3 mm Schweißdraht geschweißt, in der gleichen Amperezahl, ungefähr 170, 165 bis 180 Ampere. Ja, die Umstände sind ganz gut, wie man sehen kann. Wir können uns das da so einigermaßen gut gestalten, auch von der Körpererhaltung her. Ja, so eine 500er Naht ist ja nicht ganz ohne, da möchtest du schon ein bisschen Ausdauer haben. Und entsprechende Erfahrungen im Vorfeld. Wir haben beide unsere Erfahrungen. Ali ist auch schon seit vielen Jahren im Bordungsbau als Wegschweißer unterwegs. Und wie man ja weiß, die tatsächliche Lehre, die tatsächliche Schweißerlehre beginnt ja auf der Baustelle, nach der Schule. Ihr seht mal aus der Perspektive, wie Ali an die Sache rangeht. Und mit der Panel-Technik, knapp über Kopf bzw. fast im senkrechten Bereich, fängt er da an zu schweißen, nutzt die Panel-Technik. Der Brenner wird umgedreht. Er verwendet ein SR20-WIG-Schweißbrenner-Flex-Kopf-System mit einem Jumbo-System. Ja, ich muss dazu sagen, dass am Anfang dachte ich auch, ist okay, aber ich weiß es aus alter Erfahrung, der SR20 wird nicht lange durchhalten. Das hat sich dann im späteren Zeitpunkt auch herausgestellt, trotz Wasserkühlung. Dafür ist er nicht geeignet. Meine ganz persönliche Empfehlung, immer mit dem SR18 schweißen, der ist höher belastbar. Kein Problem. Beides sind wassergekühlte Wegschweißbrenner. Aber hier mal schön zu sehen, wie die Panel-Technik auf die Art und Weise im Sinne dieser Handfertigkeit umgesetzt werden kann vom Ali. Das ist in Ordnung. Der ist ein bisschen kleiner wie ich. Der holt sich seine Freiheiten so gut wie es geht. Auch schön zu sehen, wie man das gestalten kann. Vorfertigung auf der Straße bietet sich natürlich an, wenn man es entsprechend umsetzen kann. Nachströmzeit einhalten. Nachströmzeit einhalten, ganz wichtig. Lass laufen. Die Nadel bleibt erhalten. Alles gut, wird schön runtergekühlt. Alles in Ordnung. Vom senkrechten Bereich geht es hoch in den waagerechten Bereich. Bei mir auf der Seite. Ali ist auf der anderen Seite im senkrechten Bereich auch hoch in den waagerechten Bereich. Hier mal schön zu sehen, wie die Panel-Technik auch umgesetzt werden kann. SR18-Brenner bei mir, wie schon erwähnt. Ihr findet dazu den Tipp unter dem Video. Ich habe da natürlich ein spezielles Gaslinien-System, wo ich auch die Keramikdüsen variabel einsetzen kann. Und hier ist es natürlich ganz wichtig und vor allen Dingen auch sinnvoll. Das sind halbe L-Längen mit dieser Gaslinse, die ihr dort findet. Kein Problem. In vielen, vielen Variationen einsetzbar. So, hier mal wieder schön zu sehen, wie Ali nach oben hin pendelt. Und wir beide werden uns gleich in der senkrechten bzw. in der waagerechten Position treffen. Aus der senkrechten Position hinaus hoch in die waagerechte. Wenn es denn so sein soll. Einer macht eine Pause, einer hört auf oder wechselt die Position. Und so kann man sich gegenseitig ergänzen. Und natürlich auch der Vorteil, wir haben eine gute Wärmeverteilung. Im Schweißnahtbereich gegenüberliegend insgesamt ist das in Ordnung. Wir machen natürlich auch zwischendurch mal eine Pause. Zwischen den einzelnen Lagen sollte sein. Das ist hier eine 6,1 mm Wandstärke. Also die nimmt dann schön was auf. Das ist keine 10 mm, 20, 12, 30 mm Wandung. Das sind andere Verhältnisse, da geht man ein bisschen anders ran an die Sache. Hier sind es gerade mal 6,1 Gramm Error Fernwärme. Hier auch schön zu sehen, dass man im Überkopfbereich nicht die Pendeltechnik umsetzen kann. Das geht nicht. Wir beherrschen beide die Pendeltechnik. Wir beherrschen beide den Freihandstil. Das ist gut so. Da ist man recht flexibel in den einzelnen Zwangspositionen als Wegschweißer. Zwischendurch mal eine Ansage. Pause machen, aufpassen, wird geschliffen. Irgendwas wird korrigiert. So kann man sich gegenseitig abstimmen. Obwohl wir beide ähnliche Handfertigkeiten, ähnliche Stile haben. Es ist nicht die erste Naht, wo man miteinander warm wird. Nicht die zweite, eher die dritte Naht, wo man sich schon viel, viel besser kennt als Team, als Schweißerteam an einer Schweißnaht. Das kann man gut abstimmen miteinander. Die Zeit muss sein, Pausenzeiten müssen sein und auch die Leerzeiten zwischendurch. So, dass man sich, ja, gab es mal keine Berührung, aber das stecken wir weg. Das geht schon. Er hat es abgefangen. Ja, die kleinen Pausenzeiten müssen sein. Das ist in Ordnung vollkommen. Das ist anstrengend, so eine 500er. Das ist ganz klar mit dem Wegschweißverfahren. Elektrode genauso anstrengend, logisch. Und von daher ist natürlich auch in der Körperposition viel Geduld und Ausdauer gefragt. Hier schön zu sehen, wie die Peneltechnik von Ali umgesetzt werden kann in der waagerechten Position. Ja, das sieht ganz gut aus mit dem SR20 Brenner-Flexkopf. Aber wie schon erwähnt, man stößt irgendwann an Grenzen und das Ergebnis kam dann später mal. Er ging kaputt. Er hat die Leistung nicht gebracht. Bei anderen Gelegenheiten, bei niedrigen Amperezahlen oder anderen Umständen sicherlich sehr sinnvoll, ganz klar. Aber in diesem Fall, wo es dann hochgeht mit den Amperezahlen und mit dem Dauerpower, ist er nicht wirklich geeignet. Die Erfahrung kenne ich schon aus dem Vorfeld. Aber mit dem 18er seid ihr in vielen, vielen Situationen bestens bedient. Tja, ein kleiner Verschlaufer war das eben. So, ihr seht mal, wie ich hier unterhalb der senkrechten Position mit der Peneltechnik auch beginne. Der Brenner wird umgedreht. Die halbe lange L-Länge Keramikdüse, die ist natürlich absolut hilfreich. So oder so, ist egal, wie ich die Brenner drehe, so rum oder so rum. Spielt keine Rolle. Ich habe genug Bewegungsfreiheiten. In der Peneltechnik kann das natürlich wunderbar nutzen, das Spiel. Und alles in Ordnung. Wasserkühlung muss sein. Also ohne Wasserkühlung, wer hier mit der luftgekühlte Schweißtechnik rangeht, der ist selber schuld. Das ist komplett falsch. Die hohe Literzahl im Argon-Bereich ist auch wichtig. Wir sind ja draußen im Freien. Und Argon hat ja auch eine kühlende Wirkung. Das darf man nicht vergessen. Und bietet natürlich im laminaren Gasaustritt auch Sicherheiten und ein sehr schönes Schweißbild. Ja, unsere Nähte sind geprüft worden. Die sind alle gerentscht worden. Und letztendlich hat es sich bewiesen. Die Handfertigkeit ist in Ordnung. Der Stil ist in Ordnung. Die Vorgehensweise passt. Also das Gesamtbild der Röntgenergebnisse kann man ohne weiteres abliefern. Jede Lage wird ausgeschliffen, ausgeigelt. Nach der Rurzel gucken, knappe Stellen links, rechts ausschleifen mit der Trennscheibe. Ausigeln. Erste Zwischenlage, zweite Zwischenlage und dritte Zwischenlage. Genau so. Guckt es euch genau an. Guckt euch die Flanken an, wenn ihr solche Aufgaben habt. Das ist wichtig. Und auch genug Freiheiten schaffen entsprechend, was die Führung der Karabikdüse mit den Padels, die angeht. Versierte Schweißer wissen, von was ich rede. Also ganz in Ruhe. So, hier mal eine kleine Absprache. Wo wer anfängt. Oder eben halt auch, wo wir letztendlich enden. Ich gehe jetzt mal in den Überkopfbereich. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als den Freihandstil umzusetzen. Und Ali beginnt mit der Pendeltechnik unterhalb der 9 Uhr bzw. 15 Uhr Position, den Brenner umgedreht und die Pendeltechnik nach oben geführt. Soweit wie es geht, solange die Hand mitspielt und das Handgelenk. Ist eine anstrengende Sache, kann ich euch versichern. So oder so. Schön zu sehen. Die einzelnen Wechselpositionen, die Körperhaltung, wie man es machen kann an so einem 500er Rohr. Wir haben uns da eingeschossen auf das Ganze, das ist auch gut so. Ähnliche Stile, ähnliche Handfertigkeiten, gute Absprachen. WIC, Schweißer Team, in dem Fall funktioniert Resistenz. Waagerechte Positionen oben ist für beide anstrengend. Klar, wir müssen uns ein bisschen strecken. Das ist eine Frage der Körperhaltung und der Ausdauer. Auch natürlich, klar, Ali ist ein bisschen kleiner wie ich. So oder so anstrengend. Ja, in Berlin habe ich jahrelang Tausender geschweißt. Also, da haben wir viel mit Elektrode geschweißt. Ich weiß schon an der Stelle, dass man eben wirklich zwischendurch mal eine Pause machen sollte. Wir haben Glück mit dem Wetter. Wir haben Glück mit den Umständen. Wir haben genug Freiheiten, um uns entsprechend in den einzelnen Schweißpositionen etablieren zu können. Wenig Wind und wenn, dann wird ein Regenschirm aufgestellt, ein großer oder ein Vorhang gezogen. Das geht auch. Der ist extra von unserer Firma angefertigt worden. Sehr sinnige Sache. Werdet ihr vielleicht im späteren Video mal sehen. So, hier auch schön zu sehen, wie ich mal mit der Panel-Technik aus dem senkrechten Bereich hoch in den waagerechten Bereich komme. Kleine Absprache, kleine Pause. Mal was nachschleifen, eine kleine Unregelmäßigkeit. Alles gut. Und weiter geht's. Mit der Panel-Technik. Ihr seht, SR-18, dieses Graslinensystem, diese Keramikdüsen bestens geeignet. Dauerpower, hohe Belastung, kein Problem. Überhaupt nicht. Wir haben übrigens an unseren Schläuchen noch eine 8 Meter Verlängerung dran. Also die Schweißmaschine liefert das ohne weiteres. 300er EWM-Schweißmaschinen. Alles gut. Ja, jetzt warte ich eigentlich, dass ich seinen Arm nicht berühre beim Draht rausziehen. Aber das dauert mir zu lange. Okay, dann machen wir es halt so rum. Wenn ich jetzt weitergezogen hätte, hätte ich ihn berührt an der Hand und das ist natürlich auch nicht gut. Er kommt aus dem Takt raus oder gibt einen kleinen Schreck. Muss nicht sein. Ihr seht, hier seht ich unten, Freihandstil. Geht nicht anders. Aber ganz gut so. Ali korrigiert mal ein bisschen was mit der Fächerscheibe. Insgesamt seht ihr ja mal, wie wir uns da abstimmen können. Wie wir da auch gegenüber die Wärme einbringen in den Schweißnahtbereich. So haben wir eine gewisse Gleichmäßigkeit drin. Hier auch mal schön zu sehen, wie die Pendeltechnik auf die Art und Weise von mir umgesetzt wird. Der Brenner wird umgedreht und das Ganze dann hoch in den senkrechten Bereich geführt. Bis zu einem gewissen Punkt kannst du auf die Art und Weise die Pendeltechnik umsetzen. Irgendwann wird es im Schultergelenk und im Handgelenk anstrengend. Da drehst du einfach den Brenner wieder, so wie du es regulär kennst. Und dann ist gut, so wie jetzt hier zu sehen ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Viel Spaß weiterhin. Videos teilen. Herzlichen Dank für eure Abos.